Hot potato, ready to drop, I got a hot potato, somebody stop me, it's a Moldo, Carlo, what did I want, no it's a hot potato, no ifs, ands, or maybe. Heute bei Stefan Trift haben wir einen sehr interessanten Gast hier in unserer Klangvilla in Baden-Baden, nämlich Udo Besser. Ja, Inhaber, Chef, Mastermind von AVM, ganz aus der Nähe hier, nämlich aus Malsch, das ist ungefähr Luftlinie, vielleicht 10, 15 Kilometer von hier. Und ja, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir werden mal ein bisschen ins Detail gehen, was die Historie der Firma angeht, was die Produkte angeht und hoffentlich einiges erfahren, was man bisher so noch nicht erfahren konnte. Heute haben wir auch ein paar Geräte hier mit am Start, die Udo mitgebracht hat, schönen Plattenspieler, den CS 8.3 Crystal hier hinter uns und auch die neuen Lautsprecher, vielleicht auch den Beginn einer neuen Ära. Ja, herzlich willkommen, Udo, schön, dass du da bist. Hast ja nicht so weit gehabt, obwohl, du kommst ja eigentlich weiter her, du kommst aus Berlin. Ja, aber wie gesagt, die Anfahrt war heute trotzdem eine kleine Herausforderung mit den diversen Baustellen, aber wie gesagt, 10 Minuten von der Firma bis hierher ist schaffbar. Genau, was macht ihr denn hier in Malsch? Hier ist ja die Manufaktur, da wird alles per Hand gebaut. Wir waren vor einiger Zeit auch schon dort hier mit dem ganzen Team und haben ein Firmenporträt gemacht. Das war natürlich hochinteressant. Blenden wir hier auch den QR-Code mal zu dem Film ein. Da haben wir das Ganze schon mal so beleuchtet. Wie viele Leute habt ihr da? Wir sind jetzt so knapp um die 30 Leute insgesamt. Das heißt, die sind aber natürlich eigentlich praktisch nicht mehr alle da. Wir haben ja auch ein paar Leute, die unterwegs sind, die Händler betreuen und im Ausland auch. Wir haben ja noch was anderes, Stefan, das hat es schon angekündigt. Die Manufaktur ist ja nur wenige Minuten von hier entfernt, aber unsere ganzen Lieferanten sind ja auch hier. Und einer unserer Hauptlieferanten, nämlich der, der die schönen Aluminiumgehäuse-Teile macht, ist ja auch hier in Baden-Baden. Also wirklich gerade die Straße hier runter. Ein paar hundert Meter. Wusste ich gar nicht. Tja, siehst du mal? Das ist hier direkt vor der Tür. Ja, da hat sich der Tag schon gelohnt für dich, ne? Sehr schön. Vielleicht kann ich mir da auch noch mal ein paar Aluboxen bauen lassen. So entdeckt jeder seine Hobbys. Kommen wir nochmal zur Historie von AVM. Ich bin ja nun selber mit der Gründung von SG Akustik, das war vor 35 Jahren. Bei mir war das 1989, AVM ist 86, gegründet worden von Günter Manja. Hier, das hat mich natürlich auch die Zeit, ich habe ja früher aus Lautsprecher selber gebaut, auch Verstärker gebaut. Ganz am Anfang hat mich das natürlich begleitet. Ich habe die Produkte immer gesehen und später, wo wir dann Ladengeschäfte hatten, kamen ganz, ganz viele Kunden hier aus der Region, die die Geräte hatten. Und ich glaube, die meistverkauften, die AVM dann auch sehr bekannt gemacht haben, waren sicherlich die Vorstufen und die Endstufen, die Monoblöcke. Die Monoblöcke vor allem, ja. Bis zur M3 hießen, glaube ich, die bekanntesten, die meistverkauften. Es ging ja mit M1 los, dann gab es eine kleinere Version, die M2, also die war etwas komprimiert mit Außenkühlkörpern. Aber das, was du gerade erzählt hast, ist, die M3 waren sicherlich die am meisten verkauften. Und das war eben auch eine lustige Geschichte, wie ich zu AVM kam und mich mit Günter Manja, dem Urgründer, und dem Robert Wieniawski, dem zweiten Gründer von AVM, unterhalten hatte. Da hatte ich die ja gefragt, ja, wie viel habt ihr denn da eigentlich mal verkauft über die Jahre? Weil man die ja, wie du sagst, überall gesehen hatte. Und dann haben die so ein bisschen überlegt und haben gesagt, ja, so 10.000 Paar werden wir da schon verkauft haben. Das ist ja ordentlich. Das würde ich mal sagen. Also, wenn man die alle aufschüttet aufeinander, siehst du die Villa dahinter bestimmt nicht mehr, hinter dem Berg. Also, das ist schon enorm, was da gebaut wurde. Und man darf ja nicht vergessen, die haben das alles hier in einem relativ kleinen Firmengebäude zusammengeschraubt. Und das ist halt echte Handarbeit, echte Manufakturarbeit von Tag 1 angelegt. Leben die alle noch, die in Stufen? Ich glaube, wenn ein elektronisches Gerät im Dauereinsatz ist und 35 Jahre das macht, dann glaube ich, viele davon leben noch. Aber ich denke mal, es gibt auch viele, wo man einfach sagt, hier kommen die Platinen, sind mittlerweile so alt, die kannst du eigentlich nicht mehr reparieren. Aber ihr habt doch extra eine Serviceabteilung, gerade auch für alle Geräte aus der Vorproduktion, damit die Leute wirklich auch die Sicherheit haben, dass ihre Geräte noch gewartet werden können. Also, eine Firma wie Name zum Beispiel wirbt ja damit, dass fast alle NAP 250, die seit 1972 gebaut wurden, sind irgendwo noch laufen. Ja, ich glaube, die haben aber nicht so viel verkauft wie AVM mit Mono-Endstufen. Die andere Sache ist die, reparieren kann man prinzipiell immer alles. Ja, ob das dann vom finanziellen Aufwand her noch Sinn macht und wir reparieren dann das, was vielleicht defekt ist. Und dann an anderer Stelle in dem Verstärker geht dann was anderes kaputt. Ich glaube, da bist du nach 35 Jahren vielleicht schon gehalten, mal zu überlegen, nach 35 Jahren hat so ein Verstärker seinen Dienst getan, ist so meine Ansicht. Und wir pflegen diese Verstärker ja auch immer wieder weiter. Ja, es ist ein bisschen wie bei Oldtimer. Ich meine, den kann man fahren, dann geht ständig was kaputt oder man kann den komplett restaurieren, dass der wieder ist wie neu. Geht das? Das kriegst du nicht mehr hin. Also, weil diese Bauteile sind eben auch so, zum Beispiel die Halbleiter, die da drin verbaut waren, die gibt es seit 20, 25 Jahren, werden die nicht mehr hergestellt. Auch Halbleiter haben ja in der Natur der Sache liegt ja eigentlich, dass diese Störstellen, die in einem Transistor eben sind, dass die langsam rauswandern. Transistoren halten eben einfach auch nicht unendlich lange, vor allen Dingen, wenn sie benutzt werden. Wir sehen das ja jetzt hier auch mal im Bild, wie die ausgesehen haben, die Verstärker. Die gab es auch damals schon, auch die Vorstufen, erinnere ich mich, mit allen möglichen Arten von Eluxierungen oder Veredelungen an der Frontplatte, bis hin zu Gold. Gab es auch. Kann ich mich gut daran erinnern. Also, war schon eine intensive Zeit, gerade hier im Süden. Ich erinnere mich wirklich daran, wir haben damals, das ist ein bisschen anders als heute, wir haben damals wirklich ganz, ganz viele Lautsprecher verkauft. Also, damals war unfassbares Lautsprechergeschäft. Es waren nicht nur die etablierten Marken, die am Start waren, sondern viel Selbstbau, viel Eigenbau, viel skurrile Konstruktionen. Also, ich würde jetzt aus heutiger Sicht fast mal sagen, dass 10 bis 20 Prozent unserer Kunden damals mit diesen AVM-Monoblöcken kamen. Ob das jetzt hier eine Sache war, weil das so regional war oder insgesamt so in Mode war. Interessanterweise habe ich auch in der Ladenzeit später die Sachen nicht verkauft. Das kam eigentlich relativ spät ins Spiel. Jaja, war so. Es gab ja auch damals unglaublich viele Hi-Fi-Händler hier in der Region, darf man auch nicht vergessen. Es hat sich so ein bisschen aufgeteilt gehabt. Ich war mehr so für die Engländer. Viele andere haben dann so die deutschen Sachen verkauft. Heute hat sich das ein bisschen umgedreht. Ich würde mal sagen, dass heute viel Hi-Fi, echte Hi-Fi-Qualität wieder aus deutschen Landen kommt. Und das ist auch gut so. Und deswegen ist das ja auch so interessant, dass wir hier sitzen. Wie ist das klanglich? Eigentlich allzu neu. Hat sich da viel getan? Ja, also da hat sich natürlich jede Menge getan. Eigentlich alleine aus der Historie heraus, die Bauteile, die wir heute verwenden, geben uns ganz andere Möglichkeiten. Das heißt also, wir können heute ganz andere Konstruktionen machen. Wir haben natürlich auch viel dazugelernt. Wir haben, seitdem ich die Firma übernommen habe, habe ich da natürlich auch meine eigene klangliche Signatur mit reingebracht. Und auch die Hörgewohnheiten haben sich verändert. Man darf nicht vergessen, damals vor 30, 35 Jahren ging alles auf Frequenzgang, lineal, glatt, bis hunderttausende Hertz übertragen oder sonst was. Teilweise klangen die Geräte einfach echt schlimm damals, weil die einfach wirklich so brutal hochauflösend waren, dass es einfach unangenehm war. Du hast dich gar nicht richtig entspannen können. Und das hat sich dann geändert, indem man einfach gesagt hat, okay, Messwerte sind zwar einerseits wichtig, aber dieses entspannte Langzeithören, wie ich dazu immer sage, war mir eigentlich immer wichtiger, als jetzt einen lineal glatten Frequenzgang da zu produzieren. Das ist ja kein Messgerät, sondern das soll ja einen Genuss übertragen, so eine Hi-Fi-Anlage. Ja, sprechen wir da von einem speziellen Sound? Also Sound würde ich nicht sagen. Es ist eigentlich etwas, das, was immer, auch was du immer mich mal öfters gefragt hattest, war, näher an den Live-Sound ranzukommen. Also das heißt also, dieses Erlebnis der Musik nicht nur von der Wiedergabe von Tönen zu machen, sondern auch die Emotionalität mit zu übertragen. Und diese Dinge sind möglich geworden durch diese, sag ich mal, modernen Bauteile, die wir heutzutage haben, die Verarbeitungsmöglichkeiten. Wir haben ja auch, und du kennst es ja auch von der Leiterplattenbestückung, dass wir also zum Beispiel diese ganz kleinen Bauteile machen können, wo wir Signalwege eigentlich auf wenige Zentimeter oder gar Millimeter verkürzen können, gab es vor 35 Jahren nicht. Da war nicht dran zu denken. Also geht es im Grunde genommen gar nicht um eine spezielle Abstimmung vom Klang, wenn ich das richtig verstehe, oder auch, wir haben ja auch einiges uns angehört hier heute, geht es doch eigentlich darum, dass alles, was da kommt, gleichberechtigt wiedergegeben wird. Ich glaube, dass wir früher viel mehr Probleme hatten durch Bauteilequalität, eben durch diese geringsten Wege, die das Signal gehen muss. Wir arbeiten hier, bevor das dann verstärkt wird, mit einem winzig kleinen Signal, was durch Magnetfelder, durch Einstreuung, durch Vibrationen und so weiter gestört wird. Da hat man jetzt natürlich mehr Möglichkeiten, das zu machen. Aber eigentlich ist ein richtig guter Klang doch eine gleichmäßige Wiedergabe, wo alles Vollgas kommt. Ja, und nicht irgendwo eine vermeintliche Auflösung nur obenrum stattfindet oder nur Druck unten, sondern dass alles, was zwischen den Frequenzextremen passiert, maximal ausgeglichen ist und damit auch zu einem angenehmen Empfinden beim Hörer ankommt. Genau, das ist ja das, was ich mit Emotionalität auch meine. Okay, aber nicht, dass wir uns das falsch verstehen. Da geht es nicht um eine Abstimmung, dass da irgendwas am Klang gedreht wird oder so. Ja, das fängt noch ein bisschen früher an. Und zwar, und das ist ja das Schöne auch mit meinen Kollegen in der Entwicklungsabteilung, da sitzen ja bei AVM nun doch weit über 100 Jahre Erfahrung zusammen. Und natürlich hat man in all den Jahren das eine oder andere ausprobiert, hat auch in einem oder anderen Fehler gemacht, hat aber die meisten Dinge doch richtig gemacht. Also wir wissen schon, wenn wir ein Gerät konzipieren, wie wir das im Grunde genommen aufbauen müssen. Und das ist ja eigentlich auch das Zutun, dass man sagt, okay, da müssen nicht nur gewisse Funktionen abgebildet werden, sondern man baut ja das erste große, grobe Layout mal aus. Und dann weiß man, okay, und das wissen wir eben, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten können, schon in der Theorie. Was uns noch hilft, was ja auch dazu gekommen ist in den letzten Jahren, ist, wir haben sehr viel aufwendigere Simulationssoftwares, beziehungsweise wir können die Geräte eigentlich erst mal im Rechner aufbauen. Und ich meine, ihr wart ja bei uns schon zu Besuch in der Firma, ihr habt ja gesehen, wir sind da, sage ich mal, bis an die Zähne bewaffnet mit dem Modernsten, was es gibt. Ja, ja, wir blenden das ja hier über unser Gespräch auch immer ein, dass der Zuschauer das auch mal sieht, wovon wir da sprechen. Also da denke ich mal, da können wir sehr genau auf den Punkt schon hinkonstruieren. Wir haben, was wir alle gemeinsam haben bei AVM, ist, wir haben ein sehr, sehr ähnliches, klangliches Idealbild in unserem Kopf. Und was wir eben einfach durch die vielen Jahrzehnte an Erfahrungen, die jeder einzelne von uns ja mittlerweile hat, können wir die Geräte eigentlich genau auf diesen Punkt schon ziemlich genau hinkonstruieren. Wir wissen, das funktioniert schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 90 Prozent oder mehr. Und das ist das, was du gerade gesagt hattest. Danach kommt dann wirklich das Feintuning, dass man dann eben einfach auch noch Dinge ausprobiert und sagt, okay, stellen wir hier einen Wert anders ein, nehmen wir hier noch ein anderes, spezielleres Bauteil, müssen wir hier noch was investieren, können wir da noch mal den Signalweg verändern, verkürzen, verlegen und sonst was. Das ist dieses, sag ich mal, die letzten paar Prozent rauszukitzeln. Das ist so wie beim Formel-1-Auto. Da kämpfst du um die letzten Zehntelsekunden. Und so ist es bei uns eben einfach auch, wenn es ins Feintuning geht. Kommen wir vielleicht noch mal zu deiner Person. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu deiner Historie erzählen. Die ist ja nun ganz interessant. Die beinhaltet ja nicht nur AVM, sondern die hat auch ein Vorleben. Ja, also eigentlich kannst du es ja kurz fassen. Ich habe ja in meinem Leben nie was anderes gemacht als Haifel. Also ich habe da... Mit drei Jahren. Mit drei Jahren schon gleich in der Mutter. Also wir haben ja da ein paar Ähnlichkeiten. Du hast dein Ladengeschäft geführt. Ich habe während dem Studium in einem Haifi-Geschäft gearbeitet, also auch schon zu Schulzeiten. Bin dann nach Berlin gegangen, eben zu Burmester, war da 15 Jahre lang. Ich kannte als Schüler schon alle Haifa-Jahrbücher auswendig. Ja, siehst du mal. Und da kann ich dir heute noch mal fragen, was... Vorgeimpft. Ja. Also wie gesagt, 15 Jahre dort und dann ergab sich die Möglichkeit eben AVM zu übernehmen. Das ist ja nun auch schon etwas über zehn Jahre her. Und die kleine Manufaktur, wie du gesagt hattest, damals in den späten 80er und frühen 90er oder 90er Jahre, das war ja die Zeit, als ich eben noch im Studium war, im Haifi-Geschäft gearbeitet hatte, da war es eben einfach so, da waren die AVM-Monos die Verstärker, die jeder haben wollte. Also es war nahezu unmöglich, irgendwas anderes zu verkaufen, um es mal umzudrehen. Und deswegen war es für mich natürlich dann auch eine Sache, wo ich nicht so lange überlegen musste, wie sich die Chance ergeben hatte, dass wir mit den Ureigentümern, dann bin ich da ins Gespräch gekommen, um die Firma dann zu kaufen. Du lässt jetzt so einen ganzen Teil deines Lebens weg. Du warst Geschäftsführer bei Burmester, hast das Unternehmen in die ganze Welt verteilt, hast Automotive groß gemacht, du warst der, der Burmester in die Autos gebracht hat. Also wolltest du uns das verschweigen? Nö, aber damit gebe ich nicht großartig an, das ist natürlich ein großer Teil meines Naja gut, das ist natürlich schon ein wichtiger Teil des Erfahrungsschatzes, um dann in so ein Projekt hier wie AVM reinzugehen, die zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon CD-Spieler hatten und so weiter, aber eigentlich eher ja aus der Analogtechnik kamen. Hier geht es ja heute bei den Geräten, da muss man ja mal sagen, da hat ja schon eine Kehrtwende stattgefunden. Also AVM ist heute vermute ich mal einer der Marktführer im High-End-Bereich bei All-in-One-Geräten und auch bei Streamern, also ihr habt sicherlich eine der Bedienplattformen, die am besten funktionieren auf dem Markt. Da gehört ja nun einiges dazu von der Technik her, im Digitalbereich richtig was nach vorne zu bringen. Das zu integrieren, gerade in Zeiten von Streaming, ist das ja nicht einfacher geworden, ja, was Auflösung betrifft, was Integration verschiedener Plattformen angeht, bis hin zur Rune-Integration und dann vor allen Dingen auch eine Bedienoberfläche zu schaffen, mit der das Ganze dann wiederum zu managen ist, ja. Also da wurde meines Erachtens nach Großes geschaffen, das heißt, wir haben heute Geräte, die von der Mechanik her eigentlich auch an einem High-End-Begriff folgen, ja. Also wenn man früher jemanden gefragt hat, was ist denn High-End-Gerät, ja, dann haben die meisten gesagt, klar, super Klang, bester Klang ever, aber eben auch eine gewisse Art der Verarbeitung, die eben für Jahrzehnte gebaut ist, die eine tolle Haptik hat, eine Anfassqualität, die sich einfach über anderes erhebt, sodass alles Spaß macht. Sehen, anfassen, hören, also das gesamte Paket und dafür stehen, denke ich, auch diese Geräte und die sehen ja von außen auch toll aus, es gibt die tollsten Oberflächen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber erstmal vielleicht nochmal zur Erfahrung. Mit der Digitaltechnik, wie habt ihr das geschafft, als kleine Manufaktur das auf die Beine zu stellen? Das ist ja nun nicht vielen gelungen. Es gibt Name, es gibt Cambridge for all in once, aber das dann noch mit diesem High-End-Begriff zu koppeln, ist schon eine besondere Eigenschaft. Ja, das ist, also das hat ja 2011 angefangen, da hatten wir ja auch unsere erste App dann rausgebracht. Da war es damals eine Sensation, dass du mit deinem iPhone die Lautstärke rauf und runter regeln konntest. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei, mit sowas kann man natürlich heute nicht mehr Punkten, die, wir haben aber da viel gelernt in der Zeit. Wir haben dann angefangen vor einigen Jahren die zweite Generation zu machen, dieser Steuerung, die du gerade gesagt hattest, die natürlich dann auch, und auch da haben wir unsere Erfahrungen dann ja schon gesammelt gehabt, dann haben wir gesagt, okay, wir stürzen uns jetzt in das Abenteuer und entwickeln das mal wirklich komplett neu von Grund auf. Das ist diese RCX und der Streaming Engine heißt ja X, also wie X-Stream, Extreme ausgesprochen, weil er eben auch extrem viel kann, also deswegen auch diese Wortmalerei. Die andere Sache ist eben die, was du gesagt hattest, die Welt von High-End-Audio hat sich verändert. Vor 30 Jahren hast du einen Vollverstärker gekauft, da änderte sich ja nichts. Heutzutage kaufst du ein Gerät, das wächst, da kommen neue Funktionen dazu, da kommt ein neues Streaming-Portal dazu, da kommt ein neues Format daher, da kommt eine andere gute Idee im Bedienungskomfort dazu, da kommt die Kombination mit HDMI-Eingängen und sonst wie was. Ja, 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 kein einfaches Thema. Du wächst halt mit. Ja, auch von der, also bei uns jetzt von der Kundenseite, wenn wir uns anschauen, wo müssen wir am meisten Support liefern, wo sind die meisten Fragestellungen und so weiter. Wir hatten es auch eben gerade davon. Das sind natürlich so Sachen wie Software-Updates und so eine Langfriststrategie, dass die Geräte irgendwie funktionieren, dass sie servicebar sind, dass man da rankommt, dass es Updates gibt und so. Das sind Punkte, die für den Endgebraucher von maßgeblicher Wichtigkeit sind inzwischen. Wenn man sich jetzt von so einer Bluetooth-Kiste irgendwie entfernen will. Schau mal, überleg mal, früher hatten wir ja einfach, du hast einen Verstärker ausgepackt, also hast du ein neues Verstärkerchen gekauft, dann hast du ihn ausgepackt und so weiter. Was gab es da? Lag oben drauf, lag ein kleines Handbuch. Bedienungserleitung. Gibt es heute gar nicht mehr. Kannst du gar nicht mehr machen. Erstens würde eine ausgeschriebene Bedienungserleitung von dem, was wir heute haben an Funktionalitäten, hätte wahrscheinlich eine Telefonbuchstärke. Gibt es vielleicht einen Quickstart, damit du die Kiste überhaupt ankriegst. Ja klar, so macht man das ja heute. Und dann die aktuelle Bedienungserleitung, weil das Gerät ja ständig mitwächst. Also wir haben ja über das Jahr fünf, sechs, sieben, acht Updates für neue Funktionalitäten, die da nach und nach mit hineinwachsen. Das heißt also, das, was du da auf Papier drucken würdest, ist eigentlich in dem Moment veraltet, wenn du es gedruckt hast. Aber das ist eine andere Mentalität. Finde ich auch gut für die Umwelt, weil du hast eigentlich, lädst dir eigentlich deine Bedienungsanleitung runter. Klar, die Geräte können streamen. Das heißt, die Kunden, die so ein Streaming-Gerät kaufen, haben auch die Möglichkeit, sich über das Internet was runterzuladen, weil sonst würde es unser Gerät ja gar nicht in ihrem Haushalt geben. Wir haben auch die Möglichkeit, und das ist uns auch viel zugetragen worden, und ich meine, ihr habt ja auch so die eine oder andere Frage an uns herangetragen, könnt ihr nicht mal diese Funktion machen? Könnt ihr das einfacher machen? Wir hatten auch schon einige Diskussionen, auch hier mit den Kollegen im Hause, haben wir gemacht. Da kommen dann auf einmal neue Funktionalitäten, dass jemand sagt, ich möchte das Display so und so haben. Haben wir gemacht. Kannst du umschalten, kannst du auswählen. Du kannst dir die Geräte konfigurieren, wirklich maßgeschneidert auf dein Gebrauchsumfeld, was du zu Hause hast. Und da hat jeder was anderes. Da hat einer mehr Quellen, will sie aber nicht alle sehen. Jemand möchte unsere Geräte auch bedienen können mit einer schönen Fernbedienung. Bitte sehr, haben wir eine schöne Fernbedienung gemacht, haben Komfortfunktionen reingemacht, dass du das Gerät starten kannst mit einem einzigen Tastendruck und dann spielst du deine Lieblingsquelle. Du kannst deine Lieblingslautstärke vorher einstellen. Du kannst es von außen steuern, das Gerät, wenn du andere Sachen machst. Dann kommt die ganz schön hoch. Die Lautstärke. Ja, sonst wirst du ja nicht wach morgens. So kenne ich das ja. Das ist die Stefan-Gellrich-Funktion sozusagen. Beim Plattenspieler muss man aber noch eine Platte auflegen. Das würde helfen, ja. Wie kamst du denn zu der Idee Plattenspieler noch? Ihr seid ja jetzt wirklich richtiger Vollsortimenter. Da stehen doch schon die ersten Lautsprecher, kommen wir gleich dazu. Aber gerade bei den Plattenspielern, da habt ihr einen Partner gefunden, der das umsetzen kann, diese ganze AVM-DNA und auch die Optik irgendwie da umzusetzen. Gerade als Cellini, hier steht ja jetzt in Silber so ein R5.3, aber es gibt ja auch die Chrom-Varianten. Das sieht natürlich besonders stark aus im Plattenspieler-Bereich, noch mit der Beleuchtung, tolle Idee. Ich meine, klar, Plattenspieler, vor zehn Jahren oder etwas über zehn Jahren, als die ganze Sache anfing, war das ja eigentlich ein Geburtstagsgeschenk an meinen Sohnemann, der sich das zum 18. Geburtstag gewünscht hat. Was, ein Plattenspieler? Ein Plattenspieler, er hätte sich ja sonst was wünschen können. Ich hätte mir zu meinem 12. Geburtstag eine Kompaktanlage gewünscht. Ja gut, da war ich noch nicht so weit. Und dann, so hat es mit den Plattenspielern angefangen, da sollte eigentlich gar kein Produkt draus werden. Das war eigentlich mal ein bisschen eine Spielerei. Plattenspieler, klar, ich bin ja noch mit Plattenspielern aufgewachsen, dann kam die CD. Die Plattenspieler waren lange Zeit verschwunden, aber jetzt passiert ja wieder was ganz anderes. Also ich meine, wenn du mal aufmerksam einfach mal vielleicht am Abend Werbung schaust, also ich betone Werbung, also keinen Film schauen, sondern guck mal rein, in welcher Werbung überall ein Plattenspieler ist. Ob das jetzt eine Bank ist oder ob da irgendeine Salbe oder eine Pille oder ein Getränk verkauft wird oder sonst was. Jeder, der hip sein will in der Werbung, stellt irgendwo in den Hintergrund oder irgendwo im Vordergrund einen Plattenspieler hin. Guck mal genau hin. Ja, ja, das ist sogar auch in Filmen interessant. Das Haus hier, also die Villa Schellbach, in der wir jetzt hier mit den vielen Vorführräumen hier residieren, war der Oskar Schellbach, der Schriftsteller und Verleger, er ist 1979 gestorben. Und danach ging das hier, hier nebendran ist ja der Südwestfunk, ging das an den Südwestfunk, das Haus und war Requisitenwille. Und hier wurden auch die ersten Tatorts gedreht mit Ulke Volkertz, mit Jürgen Vogel. Das war ganz spannend. Also auch das Haus hier hat da eine gewisse Historie in die Richtung. Und vor ein paar Jahren wurden wir angesprochen, auch vom Südwestfunk, weil ein Tatort vom Südwestfunk hier produziert worden ist, im Süden. Und da gab es auch eine Szene drin, wo Platte aufgelegt wurde und dann haben wir eine ganze Anlage aufgebaut. Da noch mit einem Bauerplattenspieler und irgendwelchen Lautsprechern, das musste da optisch irgendwie passen. Und das ist dann tatsächlich in den Filmen, war ein kompletter Bestandteil des Films. Dieses Hören, Platte hören, also da sieht man schon, was für eine Wichtigkeit das auch im Gesamten hat. Das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, dass unsere Plattenspiele als Requisiten genommen wurden. Aber das können wir natürlich auch mal gerne gucken. Also als das war, hattest du den Plattenspieler hier so in Serie noch gar nicht? Nee, da hatten wir es noch nicht. Aber mit dem Plattenspieler wurde ja auch was geschaffen, also jetzt einfach nur einen Plattenspieler zu machen. Das heißt, ein Motorchen, einen Riemen und einen Plattenteller, der sich im Uhrzeigersinn dreht, waren wir dann noch ein bisschen zu wenig. Also das heißt, so ein bisschen Technologie steckt ja schon drin. Das Interessante ist natürlich, dass die meisten einfach auf diesen beleuchteten Plattenteller gucken. Ein Plattenspieler kann ja auch mal schön ausschauen, sage ich dazu immer. Also das heißt, der ist ja auch wirklich ein optischer Leckerbissen geworden. Aber eigentlich steckt da jede Menge Technologie auch auf der Antriebsseite drin, in der Art und Weise, wie zum Beispiel der Plattenteller gelagert ist. Und wir haben auch unsere eigenen Tonarme, was man eigentlich mal schnell übersehen kann. Wie du gesagt hattest, ohne die Hilfe und Zutaten von guten Freunden, die uns da unterstützt haben und die den Plattenspieler auch heute noch für uns bauen, wäre es nicht gegangen. Die optischen Zierteile kommen, wie gesagt, hier aus Baden-Baden, hier gerade die Straße runter. Also in den Plattenspieler steckt eine ganze Menge Baden-Baden drin, was ja auch verblüffend ist. Vielleicht ist Baden-Baden noch so eine Art Hi-Fi-Mekka. Ja, da tun wir schon unseren Teil dazu. Ja, dann kommen wir mal zu den Lautsprechern. Jetzt geht es auch noch auf Lautsprecher. Vor ein paar Jahren hast du ein ganz anderes Projekt an Aktiv-Lautsprechern präsentiert. Da ist es dann doch nicht zugekommen. Wie kam das? Also wir haben aktive Lautsprecher, Stand-Lautsprecher sehr weit entwickelt gehabt, haben damit den Markt getestet, um dann festzustellen. Da war wahrscheinlich der Wunsch eher der Vater des Gedanken, als dass der Markt das hätte haben wollen. Und dann sind wir zurückgerudert. Dann habe ich eigentlich das Thema Lautsprecher ein bisschen auf die Seite gelegt und gesagt, okay, das lassen wir jetzt erst mal. Die Lautsprecher kamen eigentlich aus einem anderen Antrieb, dass ich versuchen möchte, dass Hi-Fi wieder in die Wohnzimmer reinziehen kann. Also das heißt, in den Jahren, weißt du noch, früher war es ja immer au vogue, die Türme zu bauen, möglichst viele Geräte aufeinander. Und am besten, wenn das Ding eineinhalb Meter hoch war. Da waren wir unter den Top drei. Was war das alles? Hi-Fi-Anlage, Mofa und Fahrrad. Also ich glaube, oder? Das waren doch die drei Sachen, die wichtig waren. Aber die Hi-Fi-Anlage war vorne. Die Hi-Fi-Anlage war immer vorne. Aber die Zeiten haben sich geändert. Also diese Turmbauten mit den vielen Kabelstrippen und sonst was. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich war neulich in Österreich wandern und war in so einer Berghütte gelandet. Und der Typ, der hat Hi-Fi-Anlagen so aus den 70er und 80er Jahren gesammelt. Das heißt, da war diese ganze Alm, war voll von diesen Türmen, wie sie damals waren. Also man hat das ja dann nicht die ganze Zeit so präsent. Ich habe zwar selber mal alle möglichen Arten von Hi-Fi und Hi-Anlage gesammelt, musste dann aber auch aus Kapazitätsgründen das überhaupt unterzubringen, wieder damit aufhören. Ich hatte auch mal eine riesige Braunsammlung. Das ist ja auch so eine Geschichte gewesen, die einfach klassisch gut aussah. So ein Rams-Design, sehr schön. Naja, auf jeden Fall diese Türme, dass das mal Kult war, ist schon wirklich krass. So riesige Komponenten mit dicken Regnern und Anzeigen und so weiter dran. Und die hatte man in so ein Sperrholz-Rack mit Glastüren immer reingemacht. Und die standen da alle. Also das eine waren die Türme und die Türme kamen ja nach den Kompaktanlagen. Die Kompaktanlagen waren ja auch hervorragend. Die Kompaktanlagen waren ja immer im Wohnzimmer. Ah, ein Traum. Meterbreit und so, das gehörte ja mit zum Einrichtung. Ja, aber das, genau, wurde ja auch immer größer und sonst was. Aber es war eben Teil des Wohnzimmers. Und wie dann diese Turmbauten angefangen haben, wurde es vielen Leuten dann zu bunt oder sowas. Oder sie sind dann aus dem Wohnzimmer rausgeflogen, mussten ihre großen Stereoanlagen einfach in dezidierten Hörräumen irgendwo anders im Haus machen. Am liebsten im Keller unten links, weggesperrt. Diese Dinge haben Hi-Fi eigentlich auch eine gewisse, ja, hat ein bisschen Schmunzeln mittlerweile bei vielen Leuten auch aufgelöst. Interessant, ne? Ja, so nach dem Motto, raus aus dem Wohnzimmer. Ich möchte es umdrehen. Ich will zurück ins Wohnzimmer. Und deswegen diese All-in-One-Geräte, weißt du, die sind einfach smart, kannst du hinstellen, die lassen sich schön integrieren. Da musst du nicht dein Wohnzimmer umbauen. Jeder kann unsere Sachen bedienen. Und dazu kam eben dieser kleine, kompakte Lautsprecher. Und auch da steckt viel Technologie drin. Und auch da war es wieder eine Teamleistung mit absoluten Experten aus dem Lautsprecherbau, dass wir gesagt hatten, wir haben einen kleinen Lautsprecher, unterschätzt den nicht. Also was da rauskommt, ist wirklich atemberaubend. Ja, ja, es ist tatsächlich frappierend. Wir haben es ja gehört und ich habe den auch in verschiedenen Hörsessions und auch Events hier im Vergleich mit allen möglichen anderen, auch größeren Lautsprechern gehört. Und es ist erstaunlich, was da rauskommt. Also das Ding macht wirklich Alarm und er ist bewusst so kompakt gewählt, weil ich gesagt hatte, hey, wir wollen ja nicht Riesentrümmer in Telefonzellengröße ins Wohnzimmer stellen. Das ist genau das, was wir nicht wollten. Wir möchten halt, dass Musikliebhaber sagen, super, so viel Platz habe ich, das gönne ich mir, das stelle ich mir ins Wohnzimmer. Ja, aber dennoch kommt da noch was Größeres? Das war jetzt erstmal unser erster Gehversuch. Sag niemals nie. Ich würde mal sagen, eins nach dem anderen. Wir sind jetzt erstmal ganz glücklich, dass wir den Lautsprecher fertig bekommen haben. Es gibt ja hier auch, und das war auch einer deiner Wünsche, noch eine schönere Version, die jetzt gerade in der Mache ist, dass eben diese Frontplatte auch verkrumpft wird auf Wunsch. Also richtig glänzend, richtig schönes Schmuckstück fürs Wohnzimmer wird. Und das ist jetzt das, was wir gerade in den nächsten Tagen und Wochen vorstellen werden, Richtung H&M 2024. Ja, das ist ja eh ein schöner Begriff, du nennst die Geräte ja Masterpieces, also Meisterstücke, alle in sich. Das kommt natürlich mit Chrom besonders gut raus und passt da jetzt auch gut in die Zeit rein und knüpft ja auch an so eine gewisse Ära von zeitlosen Technologie-Komponenten an. Ich finde das richtig gut. Was von AVM sonst noch so zu erwarten in der Zukunft? Und nochmal eine Zwischenfrage, in wie viele Länder exportiert ihr inzwischen? Also wir haben 50, etwas über 50 Vertretungen, die uns im Ausland verkaufen. Das sind teilweise etwas mehr Länder, weil die drei oder vier Länder bedienen, die kleinen und nebeneinander liegen. Das ist doch zu einer weltweiten Geschichte geworden in Deutschland. Letztes Jahr hatten wir ja die große Auszeichnung Brand of the Year gewonnen. Das war natürlich auch ein schöner Meilenstein, weil wir einfach gesagt hatten, okay, unsere Arbeit und wie du vorhin gesagt hattest, wie macht man denn sowas? Du sitzt halt einfach nächtelang da und arbeitest eigentlich durch, bis es schon wieder hell wird. Und dann ist so eine Auszeichnung natürlich eine tolle Belohnung. Schön. Ja, Udo, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir haben jetzt ich und unsere Zuschauer einiges erfahren nochmal über die Firma und über dich und wie AVM funktioniert. Da könnte man, denke ich, noch Stunden drüber reden. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Udo, vielen Dank für den Besuch. Und Stefan, danke, dass du uns so unterstützt und begleitest. Und ich sage, ja, viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das war es auch schon heute mit Stefan Triff, heute mit Udo Besser von AVM. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sie konnten viel Informationen mitnehmen. Noch mehr Infos zu den Produkten findet sich auch direkt unterhalb vom Video. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Und auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier einen interessanten Gast aus der Hi-Fi-Szene haben. Bis demnächst. Bis demnächst.